Musik Ihr dürft es jederzeit zählen, Tariq. Aber das Geld bleibt bei mir, bis ich die Fracht selbst gesehen und die Qualität geprüft habe. Verstanden. Ihr seid ein kluger Mann, Manuel. Vertrauen ohne Zynismus ist hohl. Es sieht gut aus, Tariq. Alles ist hier. Also, was nun? Ihr bekommt Zugang zum Arsenal. Wenn ihr zufrieden seid, wird die Fracht an einen beliebigen Ort eurer Wahl geliefert. Sind eure Männer bereit für die Reise? Aber natürlich. Polikala, ich lasse eine Karte für euch anfertigen. Sind wir aus demselben Grund hier? Einer meiner Männer sah die Ankunft einer Ladung Waffen im Arsenal. Das machte mich neugierig. Waffen? Die würde ich mir gern selbst ansehen. Falls ihr nicht alle umbringt, weiß ich nicht, wie ihr hineinkommen wollt. Er wurde zweimal gewarnt. Keine Händler an den Mauern des Arsenals. Schafft das fort. Ihr Heuchler! Würden eure Männer nicht bei mir kaufen, wäre ich nicht hier. Ihr seid schlimmer als die Byzantiner, Verräter! Ah! Hüte deine Zunge, Parasit! Selbst in Friedenszeiten werden die Armen immer unterdrückt. Wenn wir ihnen ein Ventil für ihren Ärger geben, könnte das unserer Sache dienen. Herzlich willkommen hier zurück bei Aaron Talkt. Assassin's Creed Revolution. Mein Stuhl knatscht wie wild. Ja, so, mal gucken. Äh, was? Mindestens 40 Aufständige müssen überleben. Okay. Bisschen Aufständige machen, ne? Solidarität vortäuschen für die eigenen Ziele. Was für ein Ehrenmann. Es ist nicht schön, ich weiß. Doch es wird klappt. Ich benötige... Oh, ich habe nur 21. Ähm, ja, ich habe kein Geld. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Was soll ich machen? Ich bin Auffachmann für 30 Euro. Ich brauche 300. Ja, ich muss sich erstmal Geld klauen. Gehen wir etwas außerhalb Geld klauen, damit sich das lohnt. Ach ja, das wird es dauern. Meins. Es tut mir leid, Leute. Na los, weiter so. Aufhören. Ja. So, 300 haben wir schon mal. Ach, verschwindet. Jetzt brauche ich nur noch 150 für die Soldatenorex anwerben. Nieder mit euch! So, komm, 450 brauche ich nur, Jungs. Nieder mit dir! Komm, 450. Ach, komm, runter. Nieder mit euch! Ja, ja. Du wirst nicht weit kommen. Oh. Ihr lasst uns hoffen, Freund. Wisset, dass unsere Herzen bei euch sind. Ich bin unzufrieden. Ich bin wirklich unzufrieden. Jetzt erlebe ich ihn. Ich hab nicht. Das war jetzt nicht so geplant. Okay. Aber ich kann von euch Geld noch bekommen. Oh, 83. Und ein Wurfmesser. Yeah. Nö. Im Moment keins. Absonst, ja, hab ich ein Ehrgefühl. Ja. Ja, was sollen die denn damit machen mit dem Geld? Ihr hättet auch das Geld geklaut. Also quatscht nicht. Ja. Du beraubst die Toten. Ich wollte es doch machen. Ja, 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 ja. So. Erstmal hier Kämpfer mitnehmen. Einverstanden. Kommt mit, Jungs. Achtung. Und. Kommt die auch. Schauen. So. Gutes Volk von Istanbul. Die Jungsanarbeit gegen euch. Meine Überarbeit. Das nicht gefallen. Es geht um nichts zu sehen. Männer und Frauen. Das ist ihr Freiburger. Hört mich ein. Das geht euch nichts an. Ihr habt nichts Unrechtes getan. Okay. Ah, geht schon los. Wiederhauen. 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 Das Tor wird nicht lange geschlossen bleiben. Die Leute tun euch einen Gefallen, Ezio. Erwidert ihn. Und bewahrt sie vor Schaden. Oh. Oh. Ja, ich habe extra die Assassinen gerufen. Ach, dann halt. So, Knack. Sehr schön. Oh, die kommen mit Mistgabeln. Yeah, Burgercreme. Gut gemacht, ihr Kira. Schade. Nieder mit dir. Wach und feste. Nieder mit dir. Nein, nein, nein. Ist der noch? Nieder mit dir. Gut gemacht, für mich. Hörst du Nieder mit dir. Guck mal, ihr Schweine. Gut gemacht, ey. Einfach wieder. Ach, Mist. Hörst du, ich bin dran. Äh, ist zu... Die sind einfach zu laut. Ist das alles zu laut? Zeig sie ihnen! Und hilf sie! Weiter so! Weiter so! Weiter so! Gemacht, mein Freund! Letz sie los! Ich verstehe das nicht! Ich habe Musik ausgemacht und trotzdem ist die Musik an! Unvorstellbar! Ich will es nicht! Und dann die Hecht sind! Boah, jetzt stirb doch, du dummer Drecksau. Na gut, komm her. Ah, ich muss mal ohne machen. Ich muss jetzt einfach nur da laufen. Verdammt, wo ist der? So, laufen. Ich laufe jetzt einfach nur. Oh. Achso, kann ich jetzt gehen einfach? Anscheinend schon, ja. Sieht ganz gut aus. Okay. Na gut. Dann mal erstmal hier hoch. Ach, Mist. Na los, hoch da. Kann ich dir nicht sagen? Moment. Nein! Halt! Halt oder still! Dein Stündlein hat geschlagen! Och, ernst? Ach, ernst? Nein, ich kann nicht vor allem machen, wegrennen. Das stimmt. Oh, wartet, 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 wartet. Oh, wartet, wartet, wartet. Bevor wir das machen, hole ich mir schnell das Schriftpapier hier. Hier drin, ja? Hier drin, ja? Ja, grandios! Dann habe ich nämlich alle 10 schon. Cool! 20 Jahre in der Stadt, dein Leben als Niemand. Nun endlich fügen sich die Teile zusammen. Ist die Palaiologos-Linie wieder eingesetzt, Manuel. Dann vergesst nicht, wer euch dabei geholfen hat. Natürlich nicht, mein Freund. Im Traum würde ich einen Mann wie euch nicht betrügen. Doch ihr müsst Geduld haben. Nur war Oma, wurde nicht an einem Tag erbaut. Ich bin zufrieden. Bringt mich auf mein Schiff. Wenn auch nur eine beschädigt wird, behalte ich das Geld. Aha. Wenn eine beschädigt wird, na, das machen wir. Kriegen wir hin? Merda. Mosketen. Also, aus dem Arsenal entkommen. Okay. Jetzt! Puck ihn! Ich kenne ihn. Uff. Da ist er! Okay. Jetzt! Puck ihn! Oh, 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 oh. Papa rennt, Papa rennt ja schon. Hey! Ein Spanier vielleicht. Auf Steine zu werfen, ihr Schweine. Der war doch kein Zivilist. Das war ein Attentäter. Das war doch so markiert. Verstehe ich nicht. Der war doch so markiert, weil er ein Attentäter ist. Okay. Komisch. Oh! Das ist auch schon zu Ende. Das bringen wir jetzt fix. Okay. Was? Mist, dass diese Dinger immer so kurz da stehen. Die Tipps. Unfair. So schnell kann man doch gar nicht lesen, was alles steht. Naja. Das sind wir schon wieder beim nächsten Kapitel, so wie es aussieht. Neue Gegenstände bei der Schmiede. Ja. Super. Okay. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Hier haben wir einen Assassinenauftrag. Oh, was ist das denn? Ein. Eine versteckte Gruft. Okay. Ja. Das hier ist eine Assassinenerinnerung, oder? Ach, Meister-Assassinen-Mission. Okay, cool. Ja. Ähm. Gut, dann werde ich jetzt hier hinten noch freiräumen. Äh, das hier alles entdecken und halt das Buch holen. Und wir werden uns dann nochmal hier hinten bei unserer Büchereifrau treffen. Bei Sophia. Und werden sozusagen dann da weitermachen. Nebenbei werde ich dann vorher nochmal hier die Meister-Assassine machen. Und, ähm, dann würde ich glatt sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich setze euch mal hier hin. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis, ja. Alles, alles Gute und erstmal ciao, ciao euch.